Langweilig Machen wir zum Finale, oder? Dann vor dem Monument spawnen wir den Wither und gucken, ob wir ihn platzieren. Spice, warte mal, warte mal, stopp, komm mal wieder hoch. Jetzt lass mich, warte doch mal kurz. Ah, da ist noch eine. Jetzt. Oh mein Gott, what the f... Hallo und herzlich willkommen auf dieser Map mit Zermai, Tyska und Deku im Hose. Wir haben eine Farbenrunde eingelegt und ich versuche das mit sehr ruhiger Stimme zu machen. Okay, das ist klein wie so ein Intro zu Kuschelrock 12 oder sowas, weißt du? Hallo und herzlich willkommen auf diesem Mixtape. Nachts, wenn du DSF einschaltest, so hat sich das angehört. Gibt es DSF noch? Was weiß ich? LKW ziehen Traktor-Pulling, oder was? Jetzt kommen mir gleich die Deine-Mutter-Witze. Was hat denn Deine-Mutter mit Traktor-Pulling zu tun? Kennst Du, Deine-Mutter-Zieh-LKWs auf DSF? Können wir bitte losgehen und einfach ein paar Monster schlagen? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn man sagen würde, Deine-Mutter wird von LKWs auf DSF gezogen? Kommt, Frau Wagen so. Ja, wahrscheinlich schon. Es sagt nichts über die Muskelmasse der Mutter aus. Nee, nur über die Masse. Ist es schlimm, wenn eine Mutter muskulös ist? Wenn sie LKWs zieht, dann ist es irgendwie auf jeden Fall, ich sag mal, was Spezielles. Es kommt drauf an, wie sie die LKWs zieht, also... Du meinst mit dem anderen LKW, oder? Oh Gott. Ich dachte, wo zum Geil sind wir denn hier? Aber der hat es zugebaut. So, wir sind wieder am... ...Ort des Geschehens. Und vielleicht sollten wir hier mal das Rappo machen. Ja, Fire Resist Potions. Hat sich jeder eine mitgenommen? Ja. Reinziehen, los geht's. Boah. Ich bin mal gespannt, wenn wir die Zombie-Pigman wieder aggro machen. Das hat bisher ganz gut funktioniert, oder? Ja. Dankeschön. So. Da unten ist das Problem, da wo Hose ist. Ja, ja. Das hat... Das ging schnell. Hinter dir? Hinter dir? Wir haben alle unsere Sachen an. Wer auch immer da steht. Wer steht da? Ah, verdammt, 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 Scheiße. Alter, sagt mir 20 Mal hinter dir, oder? Ja, ich hab... Ich hab dich schön kuriert, weil ich dachte, ich bin unsichtbar. Äh, hier ist ein Creeper. Weil ich dachte, ich bin unsichtbar. Was ist denn mit dir los? Oh, shit. Ja, wir haben ein Loch in unserer Brücke. Okay, der unten ist auf jeden Fall erstmal ein Blaze-Spawner. Hinter dir? Ich buddel mich jetzt da runter und... Blaze verpisst dich, Mann. Ich hab keine Zeit für dich. Frustriert anyone? Nein. Macht Spaß. Okay, ich hab ein Blaze-Spawner erstmal. Also ich hab da gerade, äh, ich glaub sechs Stück rausgeholt, oder vier zumindest. Ja, du hast ganz gut abgeräumt. Allerdings... Äh, irgendjemand meine Sachen. Keine Ahnung. Ich bin dabei. Das weiß ist da unten. Ich räum hier oben mal die Monster auf. Das funktioniert eigentlich ganz gut, oder? Ja, Gott sei Dank hab ich vorher die Fire-Resistance-Potion gemacht, äh, genommen. Sonst wäre ich da, äh, am Ende gleich gestorben worden. Okay, ich hab grad einen ganzen Haufen Scheiße und bin schon voll, ehrlich gesagt. Ja, ich, äh... Siska, du müsstest mal vielleicht hier runterkommen und... Ich wollt grad sagen, vielleicht können wir ja tauschen. Allerdings sind hier oben noch so viele Monster. Ich hab mal hier wirklich eine Community-Treppe, hier seh ich grad. Oh, da kommst du so direkt gleich. Ist das Loch in der Brücke noch da? So, hier. Achso, wo ist es schon, Jun? Äh, warte, ich geh mal kurz auf. Ah, siehste. Wir sollten aber nicht hier unten bleiben, weil das da oben noch nicht wirklich sicher ist. Nee. Ich laufe euch einfach mal hinterher und wenn einer von euch spontan irgendwas hat, was er mir geben kann, dann könnt ihr ja spontan Bescheid sagen. Oh, super. Oh, yeah. Wir haben uns auf jeden Fall noch einen Creeper. Also, wir müssen irgendwo noch Packs sein hier unten. Aber bestimmt ist der ganze Boden damit voll. Ähm, ich hab dir grad eine Fire-Resistance hingeschmissen, aber wenn du die nicht willst, musst du nicht. Äh, wo hast du die hingeschmissen? Die hab ich jetzt wieder genommen, weil ich nicht wollte, dass die weggeht. Ja, ich hab das nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, was du mir wann gibst. Äh, was zu essen. Äh, ich glaub, das ist die von Mai. Keine Ahnung. Da unten ist auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich ein Pack, nehm ich an. Puh. Ja, da unten ist noch irgendwie was hier, wo die Skelette sind. Naja. So, ich komm jetzt nochmal unsichtbar. So unsichtbar wie gerade eben, oder? Also, äh, relativ richtig unsichtbar, ja. Bist du schon unterwegs, Mai? Boi. Äh, ich bin schon da, ich brauch hier gerade schon, äh, einen Creeper-Spawner. Ah, okay, okay. Naja, du bist ja auch unsichtbar, war. Hat noch jemand ein paar Pfeile für mich? Äh, ja, warte, ich hab 27. Ich hab noch ein Pack ausgeräumt. Äh, Moment, wo müssen wir denn noch hier? Ist das denn noch was? Danke. Ich geh mal, äh, Spice hinterher. Ja, ich versuch mich hier, wenn es, was ich wird. Eine ganze Menge Kram. Äh, ich hab grad die Spielsacke rumrollt. Äh, Spice ist misch, aber. Oh, oh. Okay. Nene, der ist nur neben mir runtergefallen. Der ist nicht, äh, da oben liegt's neu. Wo sind hier noch, wo sind hier noch? Oh, verdammt, jetzt bin ich in der Ecke reingelaufen. Ich hab das Zeug eingesammelt. Shit, gassed und weiß ich nicht was. Ah, warte mal. Alter, wir hatten hier Löcher überall gebaut. Oh, shit. Blaze, genau neben Zombie-Pigman. Das gefällt mir überhaupt nicht. Scheiße. Wo seid ihr denn? Ah, da, wo die Action abgeht. Äh, Blaze von allen Seiten. Da. Da unten. Blaze, hab ich. Wo sind, wo sind Spawner hier? Wo sind die Spawner? Das kann ich hier nicht sagen. Ich hab noch sechseinhalb Minuten, um was auszuräumen. Oh, sorry, ich hab dir grad, ne, ne, eben wahrscheinlich. Ja. Oh, das sind Zombies. Oh Gott. Oh Gott, ich bin ja wieder gleich. Ich hatte ganz viel Zeug dabei. Kann das ja jemand, wenn er Zeit hat, das weiß oder so? Verdammt, ich hoffe. Also, du bist, ähm, wirklich an dem ungünstigsten Platz generell gestorben. Das ist meistens so. Alter. Wo sind denn diese ganzen blöden Blaze-Spawner? Das kann doch nicht. Ich saub jetzt mal eine Regeneration und versuche ich, Hose-Sachen zu kriegen. Ich wollte auch grad sagen, ich muss unbedingt was saufen, sonst halte ich das nicht mal aus hier. Das ist immer dieser kleine Penis, der diese Maps macht. Das ist... Der ist ätzend, der Typ. Ja. Der soll nach Hause gehen. Die alte Scheiße. Oh, Kanzler. Oh, jetzt hat ein Zombie-Pigman von irgendjemanden das ganze Zeug. Ja, ich seh das auch hier schon. Der steht neben mir. Los, Pais. Oh, ich hab die ganzen, Gott sei Dank. Okay, ein Blaze-Spawner. Nein, ich hab noch nicht deine Sachen gekriegt, Hose. Die liegen noch alle hier im Feuer. Da, wo die 8 Millionen Dinger sind. Nein, 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 nein. Du sagst mir nicht, du hast... Ich hab ihn nicht angefasst. Ich hab ihn nicht angefasst. Ich habe Video Evidence. Ich hab ihn nicht angefasst. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Oh, hier ist schon leise. Oh, shit, leise. Hey, hier ist schon leise, ne? Ah! Also konnte er mich so zu sehen. Spice, du hast jetzt Verantwortung für alle unsere Sachen, ja? Ich bin voll schon seit... Oh, fuck, jetzt hab ich nen Zombie-Pigman gehauen. Haha, Entschuldigung. Ich wünschte, ich wär auch voll. Ich muss vielleicht mal was essen sehen. Was brauchen wir nochmal, um Unsichtbarkeit zu machen? Das hat ziemlich gut geklappt, gerade. Haben wir nicht noch Massenhaft von denen? Was schubst mich denn hier und warum? Das ist Mai, der ist unsichtbar und trolltisch. So ungefähr, so kommt's mir vor, ja. Wen trollt der? Ich hab da gerade ne ganze Menge rausnehmen können. An Spawnern. Als Unsichtbare. Jo. Ich komm hier nicht weiter. Da sitzt ein Gast genau vor der Tür. Warte, ich bring den Bogen mit. Ach, natürlich, na klar. Ach, diese Map geht mir echt auf den Piss, ey. Also so langsam wird's echt nervig, ne? Ey, in jeder... In jedem Raum, in den wir reingehen, ist es einfach nur extrem übertrieben. Ach, natürlich! Fickt euch doch, ihr Mistviecher, ey. Das hat niemand gehört jetzt. Ja. Das ist mir egal, ob das jemand gehört hat. Das Piepen wäre aus. Ach, das Piep dann kurz vorher und kurz nachher. Bullshit, ey. Hallo, Tuska. Harrow. Auf der Brücke müsst ihr aufpassen, das ist ein Agro-Zombie-Pigman. Aber da liegt auch ein Haufen Schrott da drüben. Ähm, wo ist der Gers, von dem du sprichst? Oh, ist der gerade, die spawned? Okay, never mind. So einen hab ich erschossen. Keine Sorge, ich hab keine Halluzinationen, ich hab Video-Evidence. Hier steht aber was anderes. Ach nee, das bist du. Die sind nicht Agro auf uns, die Zombie-Pigman. Nee, die hier vorne nicht, ne. Ähm. 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 Scheiße. Ups, ich opfere mich mal, um die versuchen fernzuhalten. Alter, die haben... Was haben die denn doppelt so viel Range wie wir, ey? Okay. Ey, cool, ich wäre beinahe nur fast wieder gestorben, aber alles gut. Ich hab ein Gold-Dings gekriegt. Verzeihen die nicht mehr, oder? Was? Verzeihen die noch? Wie verzeihen? Die Pigman? Die Agro hier vorne? Nee. Äh, äh, so geht am besten nicht rüber, sondern lockt nur die, die Agro sind hier rüber, dann sind die nämlich gleich wieder... Achso, sind die schon gar nicht mehr Agro? Weiß ich nicht. Okay, ich hab einen Haufen Schrott erstmal, ich komm nochmal kurz zurück. Die sind Agro auf uns, oder auf mich irgendwie. Äh, okay, das ist unlogisch irgendwie. Weiß ich nicht. Hau zu! Ich hab nicht mehr viel Leben. Der hat seine Klamotten an. Ja, töten müssen wir ihn sowieso doch. Oh! Ja, sollen wir uns dann nochmal kurz... Danke, Duska! Hättet, dass du mich abgeschossen hast. Ups. Sollen wir uns dann nochmal neu reformieren? Irgendwie da oben in diesem blauen... Im blauen... In der blauen Zone? Oder so? Ey, da vorne geht's doch jetzt eigentlich in der Brücke. Was wir vielleicht mal machen können, kriegen wir diesen einen Gas spawnen, obwohl das eigentlich auch scheißegal, aber... Ja, die sind nicht das Problem. Wir haben ja... Wir haben Dings. Bogen. Nein, ich hab keinen. Also ich komm mal hoch in den blauen Raum, weil ich hab eine ganze Menge Kram von euch eingesammelt. Gut. Dann warte ich mal hier und warte, bis du mir dein Zeug gibst. Äh, mein Zeug. Also unser Zeug. Ach du, meine Güte, meine Güte. Ja, aber dann stell ich mich mal hier hin, dann nehm ich nämlich das andere. Das Tolle ist, wenn man sich einfach so random mal in die Wand reingräbt, dass man dann überall diese Löcher hat von seinem Scheiß... Ähm... Editor von den Programmen und so weiter. So, alles, was ihr nicht braucht, einmal bitte zurückwerfen. Ja, das nehm ich dann. Äh, ja, das wollte ich dann nehmen, aber... Ja, oh. Sag das doch. Bitteschön. Pfeile wären doch cool, wenn man vielleicht da irgendwie welche hat. Oder Waffen. Kiste. Wenn nur noch, äh... Ja, ich bin schon hier jetzt, das geht. Oh, danke schön. Äh, die... Wir haben ja gar keine Pfeile mehr jetzt, aber... Was läufst du denn dann zurück? Doch, wir haben noch welche in der Kiste. Äh, dann geh ich nochmal zurück. Ähm, Mai, hast du noch Essen? Willst du ne... Ne... Chest... Chestplate oder so? Ich hab nur drei... ...Potatoes. Ist denn hier nicht irgendwo dieses Dings, diese Lagune? Ja. Hast du das Eisen von da geholt? Nein, das ist noch dort. Dann hol ich das mal, weil das ist doch hier zwei Meter davon entfernt. Ja. Ja, Mai und wir, äh... Wir gammeln hier so lange rum, bis wir geholfen werden. Hier werden sie geholfen. Yay. Wie viele Pfeile brauchen wir? Ein Stack langt das, oder? Also ich hab 56 Stück dabei, da kann ich Hose auch noch abgeben. Ich hab keinen Bogen. Das Problem ist ja, wenn wir so viel mitnehmen, dann sterben wir und dann sind die Sachen weg. Und so viel könnt ihr in der Zeit nicht benutzen. Ich würde vielleicht nicht ganz so massiv viel mitnehmen. Also der Nächste, der hierher kommt, der sollte vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitbringen. Wir haben doch... Ich hab doch vorhin zwei Stacks Kartoffeln gemacht. Ja, die sind schon fast alle weg. Weil die sind halt immer alle explodiert oder weggedingst halt. Wenn du dir halt einfach, weiß ich nicht, acht mitnimmst oder so, dann stirbst du, dann nimmst du dir wieder acht mit und dann stirbst du wieder. Aber die sind halt dann ruckzuck weg. Ich bring nochmal 22 Kartoffeln mit. Unfassbar! Warte. Ich geh eben mal kurz... Ich bin grad ein bisschen gegähnt von diesem Nichtston. Ja, was sollen wir auch hier machen? Wo rennt ihr grad alle hin? Ich bring das Eisen zurück, das ich grad geholt hab. Ah, okay. Ach so. Damit ich nicht mehr in Leder rumlaufen muss. Und jetzt möchte ich keine blöden Ledersprüche haben, bitte. Das war keine Anekdote, das war einfach die Peitsche. Mmh, Goldnugget. Lecker. Chickennugget wär cooler. Also so langsam merkt man uns vielleicht die Frustration an. Nein. Ach, Quatsch. Nein, kein Stück. Ist der Ergo? Nein, scheiß nicht. Nein, ist der nicht. Okay. Scheinen alle ganz cool zu sein. Ihr fandet grad mal gar nichts mehr los. Oh, doch. Schwer, scherz, scherz, ich nicht. Oh, Kacke. Das ist mies. Ja, und der hat... Aber die müssen wir umhauen. So, ich hab da jetzt die ganze Zeit vorne gewartet. Kommt zurück. Warte mal. Und jetzt seid ihr da drüber. Nee, nee, warte. Stopp, stopp, stopp. Genau falsch, genau falsch. Alles weg. Was? Wegmachen. Danke auch dafür, dass ich jetzt mit mir selbst wieder rede. Ja, was ist denn, Tyska? Ja, äh... Was musst du machen? Tyska? Da unten ist ein tiefes Loch und es geht nur runter. Deswegen wurde ich jetzt hier ein bisschen flacher, das Ganze. Tyska? Ja, ich bin hier. Du wolltest irgendwas sagen? Ich warte drauf, dass du... Ich hab's schon gesagt, aber... Ist egal, war nicht wichtig. Okay. Ich hab mich nur gewundert, dass ich jetzt zurückkomme, weil... Ihr alle gesagt habt, dass ich das zurückbringen soll. Und dann komme ich zurück und dann ist keiner mehr hier. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Ich hab nicht mitgekriegt, was du überhaupt gemacht hast. Irgendwie steht eine Kiste. Das ist ja das. Ja, du bist halt das Eisen holen gegangen, aber das... Weiß ich ja nicht, wo du es am besten hin soll. Nee, ich hatte gewartet. Dann kam keine Sau, also... Speis und so. Und dann... Hier sind fünf goldene Äpfel, um was man eben weiß. Ja, alles klar. Oh, hier ist einer von diesen Zombie-Pickern, der hat unsere ganzen Sachen an. Ja, hab ich gesehen. Das ist ja das Problem, was wir dort haben. Tyska, hier unten... Nee, nix, Tyska. Tyska will nicht mehr. Tyska hat die Nase voll. Ja, ist doch so. Shit. Alter, ich erzähl mir hier die ganze Zeit einen, und dann kriegst du mal so Reaktionen von wegen... Tyska? Tyska? Ist ja gut, ich sag ja schon gar nichts mehr. So, das ist jetzt erstmal dafür, dass du den Arschen pfeilst. So, siehst du, der hat die scheiß goldenen Äpfel. Wo bist du? Hier oben bin ich. Das hat ein halbes, halbes Schaden gemacht. Jeder kriegt erstmal einen aus dem Baul jetzt, so. Bist du nur einen goldenen Apfel haben, oder? Wofür denn? Ja, ist sie. Weiß ich doch nicht. Das ist jetzt eigentlich unser Plan. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, wir müssen irgendwo beide gerade aus. Wollen wir nicht einmal durchrennen und gucken, ob wir es schaffen? Wo müssen wir denn hin? Ja, okay, machen wir das. Also langsam frustriert mich das dezent. Ich laufe. Ja, ich laufe auch. Ich frage jetzt nochmal, wo müssen wir denn hin? Hier runter. Geradeaus, einfach nach unten und dann zur Brücke rüber. Hier gibt's eine Brücke? Ja, da hinten ist auch eine Brücke. Also weit wären wir in 200 Jahren nicht gekommen, wenn wir da ganz normal durchgegangen wären. Okay, ich bin auf der Brücke. Ja, ich auch. Oh, Glaskasten da hinten, das sieht doch gut aus. Bitch, wie chillig. Das ist die Wolle. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ich bin so tot schon. Das ist Schnee. Was ist das? Der hat uns verarschen. Oh, Schmock. Jemand mit Spitzhacke, bitte. Ja, 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 hab ich. Wie, das ist Schnee? Das ist Schnee in der Kiste. Ist der bescheuerte Typ? Naja, steht doch ein schönes Schild dahinter mit irgendwas mit dem Motto. Oh, come on, have a sense of humor. Ich geb dir gleich a sense of humor. Geronimo. Ach du Scheiße. Oh, hier, vorsichtig aufpassen hier vorne, das ist Gravel. Das ist bestimmt kein Chili Gravel. Betten? Oh, guck mal nach oben. Gass, der hat so einen ganz langsamen... Oh, Mann, ey. Scheiße, die schießt von hinten. Was sind die denn? Ja, mach mal zu, genau. Ähm, geh mal kurz auf mir raus, Spice. Entschuldigung. Oh, da ist ein... Das sind Spawner von den Viechern. Ja, klar, irgendwo hinter der Lava, dass du ja nicht rankommst. Ja, die sind alle hinter der Lava, weißt du wie viele? Das, was du mal tun. Sollen wir hier einfach die Wände zubauen an der Seite? Wollen wir einfach durchrennen, so schnell sind die Viecher nicht. Und den Block können sie eh nicht zerstören. Äh, wir können ja einfach... Weißt du, so links... Wir sind auf beiden Seiten. Ja, aber wieso machen wir das nicht einfach zu hier? Ja, das hab ich auch versucht, aber... Kommen die Gäste nicht dann durch? Das dauert zu lange. Lass die Gäste, denn wir laufen durch. Einfach durchrennen. Die Gäste sind doch viel zu langsam. Ja, okay. Aber die Blaze nicht, die da auch rumstehen. Boah, Alter. Ich fand es ein... Oh, pff, ich fand es in der Meer-Spawner. Der Typ hat einen Arsch offen, ehrlich mal. Ich fand es mal alles voll mit Spawnern. Mindestens Skelett und Blaze. Das ist bescheuert, der Typ ohne Witz. Arsch. Wow. Oh, sorry, sorry. Lol. Da kommt ein Creeper. Aber du hast wahrscheinlich gerade uns gerettet, weil ich sonst nämlich... Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Der von vorn. Ich warte gerade mal da drüben. Das kommen... Direkt da geht die Treppe runter und da ist ein Blei direkt. Ja. Wir müssen uns bewegen, sonst kommen wir hier nie raus. Ja, wir müssen durch, wenn wir in der nächsten Turbogen sind, äh, auf jeden Fall rechts ist ein Spawner oben. Okay, ich hab durchgeladet, ich bin auf so einem Spitz. Ich hab keine Ahnung, da ist noch eine Box. Kommen wir da durch? Jumpe hier bloß nicht runter, ey. Dort unten ist die Wolle. Ja. Oh, Creeper. Wie zum Geil sollen wir da rüberkommen, Mann? Wie? Ah, uh, das ist ja Lava hier. Haha, witzvoll. Ja. Ich hab fast reingejumpt. Ja, ich war auch schon kurz davor. Tada. Äh, wie zum Geil sollen wir hier... Also, versteht ihr, was ich meine? Hier sind Villager. Sollen wir mit denen tauschen? Ja, klar. So ein bisschen Emeralds kann ich jetzt gebrauchen. Guck schön Wind zwischendurch. Ich seh nix, diese blöden Blaze. Alter Ultra-Frustration. Oh, die nehmen weiße Wolle für einen Emerald. Awesome. Emerald-Block gehört leider nicht zu dem Ding hier. Ähm. Ich. Wenn ihr es schafft, zu mir zu kommen, was ich bezweifle, aber dann haben wir einen relativ sicheren Weg rüber zur Wolle. Lasst mich bitte meinen Satz zu Ende machen. Entschuldigung. War das ein Creeper gerade, der in deinem Gesicht explodiert ist? Ja. Okay. Ach, diese Ruhe hier. Wo bist denn du, Tyska? Du bist ja hier irgendwo unter mir, oder? Ähm. Ich bin irgendwo, wo sehr viele Monster sind. Äh, ja, ich bin... Ich seh dich. Ja, ich bin direkt über dir. Ich bin hier auf dem Dach. Von hier geht's? Ja, hier, hier, hier. Soll ich da reinkommen? Ja. Okay. Hallo. Da bin ich. Hallo, Villager. Siehst du von hier, wenn wir da rüber tunneln, irgendwie? Ja, ja. Oder was auch immer. Weißt du, Gott, ich hab bloß einen Block. Oder wir lassen einfach Hose rüberlaufen, weil, ne? Wie ist denn der so rübergekommen jetzt? Ich wollte was sagen, aber Tyska hat gesagt, sie wollte zu Ende reden. Also hab ich's gelassen. Oh. Puh. Da an der Seite, wenn ihr ganz nach links springt von euch aus, wenn ihr in meine Richtung guckt. Warum sollten wir? Ich hab mich einen Weg aus Netherite gebaut. Das ist die schwarze Wolle. Großartig. Da sind nur fünf Stücke drin. Ich nehm zwei mit. In der Hoffnung, euch eins irgendwie geben zu können gleich. War das nicht das letzte? Ich kann dir hier nie helfen. Ich hab keinen Spitzhack anwächst. Geht's da hinten denn noch weiter? Ich will's nicht wissen. Äh, scheiße, ja. Ein Schwert oder sowas? Muss ja eigentlich, weil... Scheiße, ja, da geht's noch weiter. Warte, ich lass mal die Wolle eben kurz hier. Na, dann müssen wir auf jeden Fall da rüber. Alter, dieses Scheiß-Skelett hat den hier rüber gebasht. Äh, hier ist ein Nether-Portal drin und ne Kiste, aber ich hab Angst, die Kiste anzuschaffen. Ich sterbe gleich. Das geht mir hin, ich bin gewittert. Soll ich in die Kiste gucken oder nicht? Ja, was sollen wir machen, Hosele? Guck rein. Okay, okay, geht rein. Warte mal, ich hab da einen goldenen Apfel. Tiska, warst du einen goldenen Apfel? Ne, ich hab auch einen, aber... Alter, hier ist irgendwo ein Nether-Port. Ich check das. Jetzt hab ich beide gegessen. Was zum Geier-Drecks-Minecraft-Backe. Ach, ist so die Schöne. Also, wir stehen hier und gucken zu, weißt du? In dem Ding ist, äh, in der, in dem, äh... Oh Gott, da sind überall Gas. Jedenfalls, in der Kiste ist ein Buch drin, da steht Ending B. Aha. Ja. Toll. Ja, das hab ich mir auch grad gedacht. Oh, snap, man. Oh, dieser Soul-Send ist das Schlimmste, man. Okay, ich lass... Ich, ich, ich nehm mal nur eine Wolle mit, ja. Spice? Ja, ich... Läuft du... Die dumme Sau! Ich wusste es, man. Was denn? Wo bist denn du? Ja, in der Lava. Ach. Der hat mir eine mitgegeben und ich bin abgestutzt. Okay. Tja! Ich hasse diese Map, ich hasse sie einfach. Alter, die ist echt lang... Also, so langsam ist gut mit der Map, ne? Ja, so langsam hab ich die Schnauze voll in dem Ding. Ah. Aber der hat auch, ähm, ähm... Immer, immer, immer übertriebener gemacht, irgendwie so. Ich bin mal gespannt. Tyska, hast du auch ne Wolle? Äh, nee. Okay. Weil, ähm, wir kommen hier nicht weiter, ohne dass irgendjemand mit nem Bogen kommt und die Gas irgendwie wegschießt, weil sonst flieg ich hier in die Lava. Spice, mach. Oder Uni? What the heck? Ei, beweg dich mal. Also, ich hab nen Bogen, aber ich hab keine Pfeile. Ja. Äh, ich hab... Ich hab zwei Pfeile. Was? Wenn du herkommst, geb ich dir die beiden Pfeile. Ach, da ist, da ist ein Ding ins Fernsehen drin. Ähm, kommt ihr zurück irgendwie? Also, theoretisch? Oder? Gar nicht. Momentan eher schlecht. Zumindest nicht mit den Gerst. Doch, wir... Ja? Oh, die müssen wir mit der Kindestrinksemer für Bögen. Ja, das waren übrigens die Pfeile. Ich folge dir mal unauffällig, oder versuche es zumindest. Geeper? Kann man hier irgendwo rein? Oder... Wow, 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 wow. Ich bin gleich tot. Oh. Äh, ich brenne. Das ist schon mal von Vorteil. Oh, ich will nicht mehr. Ja, es ist dezent. Frustrierend. Ich hab keiner... Siehst du da oben, Herr Hose, wenn du hier hochguckst? Ja. Dass da oben irgendwelche Boxen fliegen. Also, du hast das gerade alles zugebaut. Deswegen sieht man gar nichts mehr, aber... Ja, nein, doch, da, da, da... Oh, nee, das hab ich nicht gesehen. Ha. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Aha. Na irgendwo. Oh, großartig. Oh, hier spawnen Sachen hier unten. Och, ein Skelett mit verzaubertem Bogen, ja. Das gehört zu den drei Sachen, die ich jetzt wollte. Was sind denn die anderen beiden? My Spice. Wie ist euer Status? Was macht ihr so? Scheiße. Ich versuch mal wieder zu euch zu kommen irgendwie. Ich mach gerade neue Pfeile mit. Bringt Pfeile mit. Bringt Pfeile mit. Ich hab... Ich hab 32 Pfeile mit. Ich bin tot. ... wieder Birne, aber... Verdammt. Das heißt, wir haben schon eine von den schwarzen Wollen verloren. Na, die liegt da unten noch. Wenn du die einsammelst, dann viel Spaß damit. Ich komm da im Leben nicht hin, ohne zu sterben. Kommst einen schwarzen Schneemann da rausbauen. Echt? Ich geh da nicht zurück, das ist Kacke da hinten. Ich hab keinen Bock da drauf. Ja, also... Ich bin gleich da. Gut, also ich kann dir sagen, wo Tusker gestorben ist, aber ich komm hier gerade nicht raus, weil hier ist ein Spawner und da kommen Skelette mit verzauberten Bogen raus. Und zwar nur. Ah, da bist du. Hört man's? Dezent. Scheiße. Was hört man? Ah, mach mal diesen Netherrack-Block hier, danke. Ich hab mein halbes Herz. Hast du was zu essen vielleicht für mich? Ja, warte. Haben wir noch Regeneration? Das wäre, glaube ich, sehr praktisch. Also ich hab jetzt hier gerade einen ganzen Satz Fire Resistance gemacht. Ja, ich kann gar nichts mehr hören, ey. Also da, wo hier der Creeper und das Nether, das Wither-Skelett ist, in der Richtung ist Tusker irgendwo gestorben. Okay. Wie macht man Regeneration nochmal? Ja, ich hab was mit einer Ghast hier. Und dann? Ich hab ihn einstecken. Einfach nur den Dingens, den ganz normalen. Netherrack, dann Ghast hier und dann, glaube ich, Redstone zur Verlängerung, richtig? Ja. Dann mach ich hier hinten der letzten. Mach ich jetzt voll die Potion-Episode draus. Und die letzte Minute tüdelt so eh so vor sich hin. Ich glaube, wir überziehen schon, weil ich den Timer ein bisschen später angemacht hab. Von daher würde ich doch mal sagen, leckt uns aller Marsch. Ja. Episode zu Ende. Gut. Tschüss, ist zunächst mal. Bis zum Sonntag. Bis zum Sonntag.